Freunde Ich hab bock man ich schwöre ihr glaubt ich glaubt gar nicht wie bock ich hab wirklich ich hab so bock auf diesen stream Oh mein gott season 5 und Wirklich heute wird geballert benji update nein 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 der update ist das spiel jetzt drunter ne 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 So freunde dann schaut euch einfach meinen stream an macht nix aber ey ich bin ready mit die jungs sind ready zocken halt ohne benji kein problem mit Ja gut dann holen wir mit Hey So dann guck ich mal ach so hallo hallo merhaba Na na sie sind Geht's dir gut gut ey du weißt du was ich habe eine gute nachricht benji hat noch nicht das update runtergeladen Digga das ist so ein hund ein hund ich habe ihm sogar gesagt hat das update runter ja ja habe ich schon habe ich schon Oh meine playstation ist rausgeguckt Ich kann da nix für Geh weg Achso kein problem wir zocken Dommel ist bereit Der win ist nur wahrscheinlicher 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 Ich verweigere es jegliches kommentar Du ich auch ich habe ihn ich habe ihm das sogar gesagt denk an das update also ja ja ich hab schon ich hab schon und dann Oh meine playstation ist rausgegangen Ist ja nicht so, dass das Update schon seit Montag verfolgt. Ja, du, also, ne? Ja, genau. Ihr müsst jetzt gewinnen, Benji braucht nicht mehr lange, dann habt ihr keine Chance mehr, okay, Benners? Das wird jetzt die Runde um live und live, okay? Also einer, oh, zwei Stück. Sollen wir attacken? Ja, 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 lass hin, jalla, jalla, jalla. Hinter dir, wo für, hinter dir? Ja, einer's knockt, einer knockt. Einer finisht, einer's knockt den Ding, lass rein. Ja, gut, Jungs, Maschine, wir haben die gefetzt, man, boom, fetz, fetz. Einer direkt, Team ausgelöscht. Nice. Oh, ja, er ist da. Oder wo ist der? Ah, der hätte mich sehen, ja. Einer down. Oh, das Team, das Team. Chill, Astro, chill, ich lau's auf und rum. Bleib da in der Ecke. Oh, fuck, der hat ein S-Mine. Einer's im Haus, zwei im Haus, zwei im Haus. Team, Craig? Jo, Team ausgelöscht. Nice. Alles weg. Achso, drop mal Dings, äh, Platter, Platter, Blomo. Von wo, von wo, Land? Gegner. Oh, shit. Ja, hinter mir. Digga, das ist ein bisschen. Ah, jo, man. Digga, du, ich steckst. Ja, wir sind aber auch behindert. Das sind die Lieb, das sind die Liebsten, Digga. Komm weg. Digga, Ehren, Mann. Er war auf gar. Oh, fuck, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Wo, wo, markiert? Ah, da drüben, okay? Hä? Was geht denn jetzt ab? Hä? Hä? Spielerschaft-Gang. Spielerschaft-Gang. Achtung, Achtung, gleich sind wir tot, Digga. Hallo, Gegner. Digga, ich fick gleich System, chill. Kannst du noch laufen? Ja. Ja, auch. Ich bin in deiner Unterhose. Ah, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Kann ich nicht mehr laufen. Also bei mir ist Bossio noch vor seiner Kiste und die Platte ist recht. Jetzt bin ich raus. Ciao. Ich bin raus, Digga. Ich auch. Sorry, Leute. Mann, wir hätten gewonnen. Louis schreibt, ihr müsst jetzt Männer. Denkt an den Staatsfeind Nummer 1, aka Benji. Also, Jungs, seid ihr, seid ihr da? Ah, die sind ins Blaue rein, wahrscheinlich. Ja, dann hast du ein, einer ist auf dem Dach, einer ist auf dem Dach. Chill, 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 wenn die wieder ein Heli geben, falle schön. Ja, bleib ein bisschen in Deckung. Achtung, jetzt, Achtung, Achtung. Jetzt. Ja. Wir haben 3,5 bis zu gefasst hatte. Hetzt drauf. Einer da um. Yo, ich bin auf dem Dach. Stark, Jungs, Digga. Wir haben die Dings wie SEK, Alter. Oh mein Gott, die haben so viel. Digga, wie SEK. Oh mein Gott, geil. Ich bin im Himmel. Yo. Chill, Dome, chill. Ich hole dich, ich hole dich. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Lass erst warten, komm, ist jetzt unnötig. Hab ich ihn gefinisht? Ja. Finished, hab ihn gefinisht. Einer ist drin, Jungs, einer unten im Haus, unten im Haus, einer. Yo, wir haben sie. Okay, ich lieg hier tot. Oder nee, dann auf, wir gehen, dann auf, wir gehen. Einer ist noch draußen. Da hinten am Stein ist noch einer. Wollen wir hinterher, komm. In welcher Richtung rennt der? Oh, Jungs, Dings, Zone, Zone, Zone. Lass den Heli nehmen, wenn's zu weit ist. Ja, sind in der Zone. Und lass abspinnen, komm. Chill, chill, Dome, chill. Nur wenn die da sind, dann. Chill noch, warte noch, warte noch. Hast du ihn? K.O. Stark, Dinger. Hausflösch. Da ist auch noch einer. Ja, hier laufen sie gleich. Lass ihn auch, ich bin komm. Hab einen genockt. Da kommt noch einer vom Haus. Da ist noch einer. Luftschlag, Luftschlag, weg, 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 weg. Ah, da hinten ist er, da hinten ist er. Ah, ja, Herzschlag zeigt was an. Hier, hier, hier. Jo, genug. Sauber. Eliminiert. Komm, steig ein. Spinnen drin? Wieso außen waren? Ja, außenpolitik. Dann müssen wir hier durchrennen, dann lass hier lang, lass hier lang, komm. Sollen wir außenpolitik? Ja, ja, ja. Aber es kann sein, dass wir von rechts welche kommen, deswegen guck. Ja, das ist das Problem. Von rechts werden locker hier in den Häusern. Ja, dann lass, komm, 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 komm. Zwei Stücke, ich hab schief. Ja, ich hab, ich hab, einer ist gehütet, die rennen rechts über Silo. Shieldbreak einer, hä? Hol mich, hol mich schnell, wenn du kannst. Ich hab ein Shieldbreak. Oh, lass mich schnell. Lass die hinter ins Haus, lass hier, hier rum. Achtung, Quad kommt, Quad kommt. Da läuft auch einer. Wo? Jo. Okay. Oh, da ist noch eine. Achtung, Achtung, geh runter, geh runter, geh runter. Da kommt einer. Wir müssen weg, wir müssen hier raus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich muss erstmal die Zone hier. Du hast Gas noch, jetzt. Wenn, 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 wenn. Und jetzt direkt nach rechts. Ah, fuck. Hol den Astum. Rechts ist noch einer, rechts noch einer. Hast du ihn? Ja. Okay, warte, ich bin jetzt, ich bin in der Zone, bin in der Zone. Hol mich. Lass direkt nach außen durch, lass direkt nach außen durch. Lass, lass durch, lass durch. Achso, Gas rauskippen. Geh hinter den Stein. Oh, Digga, das war gut. Gut, Junge. Ja, ja, ich war perfekt. Zum Glück hatte ich die Gas rauskippen. Ja. Okay, chill noch, chill noch, chill noch, chill noch. Du kannst ihn zweifen, du kannst ihn zweifen. Hab ihn. Du bist nahm, da ist voran, da ist voran. Oh, Digga, ich bin down. Ey, das Auge war auch nicht. Cluster-Schlag. Nein, ich bin tot, Digga. Ich versorge. Hä? Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich muss in die Zone, nein. Ich hab alle geholt. Stark, Asso, komm, Junge. Junge, Asso, du bist eine Maschine, Alter. Zehn Kills, Junge, das ist kaputt bei dir. Hallo, hallo, hallo. Sei mal ruhig, bitte, Benji, danke. Chiller, die müssen hier alle hinkommen. Uff. Fetz ihn weg, Digga. Mach keinen Fetz mit mir da. Oh, Achtung, von meiner Hilfe noch. Nein, 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 nein. Tschüss, tschüss, tschüss. Ekel. Ekel. Verpisst. Ach, schade, Digga, egal. Sechster, egal, Digga. GG, Männer. GG, was war das Beste bis heute? Das, gerade eben. Ah, gut, gut. Dann kann es jetzt nur noch besser werden. Jetzt wird es immer schlechter. Ich bin heute, meine Finger sind schon heiß gelaufen. Du glaubst gerade, wie du lebst, Alter. Also ich habe immer Kaltblütig, Geist, Kampf gestellt. Bossio, du? Ich habe einmal Kaltblütig, Geist, Eifrig und davor habe ich Elite Tempo, Overkill, Färtenleser und... Ey, Bossio, was ist dieses Elite Tempo? Ist das extra für Twitch-Streamer? Let's do, Baby. Verstehe ich gar nicht. Ach so, Elite Tempo. Ach, scheiße. Eiltempo, scheiße. Ich will einen Sieg, Digga. Erst essen, wenn der Sieg da ist. Tschüss, Junge, ich habe Hunger wie ein Pferd. Ah ja, dann konzentrier dich. Ich konzentriere mich, aber Dings, die Militoren ist zu klein. Ich habe Boll, Dings, dein Gehirn ist zu klein vielleicht. Hier sind Gegner, ein ganzes Team hier. Okay, da ist nichts und weiter, komm. Zusammen mit Pistolen, zusammen mit Pistolen. Fetzen, Fetzen, Fetzen. Hab ihn. Hab ihn auch. Ich hab ihn getraut. Hab ihn. Finishing, Jungs. Ich wurde gesniped. Da kommt ein Kilo. Da, da, da. Wo, wo, wo. Ab. Ihr Huren. Oder du hast alle zusammen hier in den Containerhaus da rein. Vor uns direkt vor uns. Nein, 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 nein. Du Huren. Ich hab, du verfick, ich ticke. Ah. Mann. Ich ticke, du fickst. Wir ficken mich. Du. Jungs, was ist das denn für eine Waffe? Hat er uns alle? Dings, die waren unzahlen Schreiharder, die hatten alle auch schon ihre Karten, Waffen und so was. Mann. Sorry, Leute. Jungs, bitte. Lass mal jetzt ein Sieg holen, komm schon. Ja, dann lass aber hier Ding, äh... Autopolitik, Außenpolitik. Wir gehen jetzt in Hills. Hills. Richtig, Asso. Wer weiß, Asso, wir haben diese Politik erfunden, Digga. Ja, wir haben diese Politik erfunden. Nein, Türkei hat die erfunden. Wir wollen alle umbringen. Aber wir wissen immer, warum wir keinen Sieg haben. Wieso? Weil wir nicht konzentriert sind, weil wir zu viel Hunger haben. Ich hab so Hunger. Digga, ich hab Masterplan. Stopp, mach die Farblendmarkierung weg, Digga. Dann fliegt am Ende Benji noch hin. Hör auf. Hör zu, wir killen alles weg. Wir holen uns dann hier den Heli. Und dann, big check, gehen wir da hoch. Guter Plan, Digga. Wie Asso, das funktioniert eh wieder nicht. Dann überleg mal einen langen und das auch tut. Sei ruhig. Das klappt positiv. Komm, let's go. Das Gas ist immer noch scheiße, oder? Ja. Achso, dumm Stuhl. Ja, ich hab... Achso, du dumm Stuhl. Was denn? Du hältst deine Ausrüstungslieferung. Ja, Lieferung immer gut. Liefer hält. Hallo, Lieferando. Wir haben mit Lisa nicht so. Mal in den Heli rand. Auch in den Heli. Lol. Ich dachte, weil da markiert ist. Nein! Ich dachte wirklich, das wäre Benji. Ehrlich. Steig ein. Steig ein jetzt. Steigt ein, ihr Hunde, Mann. Jetzt werden wir angeschossen, Mann. Stabil. Ich bin raus. Digga, Mann. Was ist denn mit euch, Alter? Hört doch mal... Das war scheiße. Digga, Jungs. Wie dumm seid ihr denn? Wirklich? Könnte ich einfach mal nix machen und dem scheiß Flieger hocken, Alter? Lieg weg, Bossio. Ja, was glaubst du denn, was ich mach? Er hat's nicht geschafft. Oh nein. Ich könnte mich wiederholen, Jungs. Nur wenn du Saui sag, bitte. Bis Saui. Ich snab den weg! Wir sind jede Hand, nur ihr geht. Benji, wir sind nicht so sehr. Munition zum Schönen. Boah, Digga, da nimmst du... Nein! Digga! Er ist... Digga! Jungs, wir haben nicht mal Gegner! Es sind nicht mal Gegner dauernd... Das ist so Sau, das ist diese Schwuchtel-Treppe! Ja, wir gehen einfach so laut, ich feier's. Danke, Benji, bis er es mal. Kein Problem, Dome. Kann mir immer ein bisschen Muni droppen, bitte. Digga, Jungs, Alter. Ey, ich sag's dir, wir sind... Wir drei sind gleich alle tot und wir haben nicht mal Gegner gesehen wahrscheinlich gleich. Wir bleiben oben. Ja, aber ist halt sau offen. Da sind Gegner. Ja, aber wir sind dann perfekt am Rang. Legt euch keiner. Ja, okay, ja, okay, okay, ist gut. Gute Taktik, gute Stahl. Hinling, 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 hinling. Oh mein Gott, was ist das? Wir haben einen guten Spot, Jungs, guter Spot. Das wird ein Null-Kill-Sieg. Oh, da leuchtet ein rotes Licht. Das ist das Feuerwerk, Bruder. Lass sie auf dem Werk, Digga. Da oben. Chill, chill, erst wenn die Zone kommt. Digga, und dann sind wir mit Full Life jumpen wieder runter. Und dann bockt... Warte, 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 warte. Irgendwie bockt das alles. Die haben mich. Asso, hör doch auf. Leg dich hin, Land. Asso, was machst du? Wieso immer der... Ich kann nicht treffen, wenn du liegst, Asso. Der letzte Fight, Jungs, ist uns. Der letzte Fight gehört uns. Das sind zehn Gegner. Wir mischen uns da jetzt nett ein. Und dann fetzen wir die, Alter. Wir bleiben einfach hier jetzt. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Da kommen welche hoch. Da kommen welche hoch. Von wo, von wo, von wo? Von, äh, 100... Da. Da tut sich was. Ah, ja, ich seh dich, ich seh dich. Wir müssen jetzt runter. Die fighten halt. Chill noch, chill noch. Warte. Oh mein Gott. Die verlieren, weil die nicht hochkommen. Die verlieren, weil die nicht hochkommen. Hab einen K.O. Fick den mal komplett. Fick den mal komplett. Ja. Jungs, das wird unser Sieg. Chillt. Wir haben gewonnen, Digga. Wir haben gewonnen. Direkt an der Ecke. Geht nicht runter. Bleibt oben. Bleibt oben. Oben, oben, einer. Oben, einer. Die war hier. Nein, ich hab ihn markiert. Er ist unten an der Ecke. Wie sollen wir denn hier hochkommen? Geht gar nicht. Wir werden sterben. Ja. Ich hab den letzten Kill, glaub ich, oder? Juge, wir sind die besten Dinger. Ich hab einen Kill. Ja, ich hab einen Kill. Juge. Wir sind die heftigsten Jungs. Wir dürfen essen. Wir dürfen essen, ja. GG in den Chat, Jungs. GG in den Chat, Alter. Wir sind's. Wir haben uns gewonnen, dass ich Kills machen würde. Seid ihr dumm, oder was? Null Kills ist Gewinner. Jungs, geil. Okay, lass noch mal. Achso, kümmer, kümmer. Geh mal nur noch raus. Geh fickt, wir haben einfach System gefickt, Männer. Jungs, macht ne Story. System gefickt. Guck. War schon stark. Du hast gesagt, Tee-Di holen da hoch. Gut, Asso, Digga. Einfach System gefickt, Männer. System komplett. Geh mal raus, oder? Kurz Essen bestellen, oder? Ich wollte es auch ganz sagen. Bestell Essen. Bis zum Sieg, dann wird gegessen. Okay, bestell Essen, ja. Was wollen wir? Ja, ich hol mal beim Dönerladen.